Ich danke euch und ich freue mich wirklich sehr, sehr über diesen Preis, das muss ich sagen. Und ihn von Kollegen zu bekommen, ist was Besonderes, das wissen wir. Ja, auf dem Zug hier habe ich überlegt, was ist das eigentlich, was uns Schauspieler entwickeln lässt? Also natürlich sind es die Rollen, die Anforderungen, das ist klar, aber auf der anderen Seite, für mich ist maßgeblich doch auch die Verbindung zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Und als Caroline mir diese Rolle angeboten hat, der Marion, da, ja, klar, war irgendwie eine tolle Rolle, war super, schöne Geschichte, extrem tolle Dialoge und die Aussicht, mit fantastischen Kollegen zu arbeiten, unter anderem mit der wunderbaren Melena Czarnke und dann, man kann es nicht verhehlen, es war auch Kino, ja. Aber dann auf der anderen Seite immer nur betrunken spielen, die ganze Zeit immer besoffen. Und ich meine, das ist schwer, ja, und das kann auch echt in die Hose gehen und das hat man auch schon öfter gesehen. Und insofern wusste ich auch nicht, ob Caroline, war eine gute Regisseurin ohne Frage, sie ist ja auch eine ganz tolle Schauspielerin natürlich, aber hat die denn in der Doppelbelastung überhaupt Zeit, auf mich zu gucken und auf mich aufzupassen, wenn ich diese Rolle spiele? Also, und dann, ja, ich meine, war immerhin Kino. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und sie war so freundlich und so nett und war so überzeugt davon, dass ich die Richtige bin, dass ich gedacht habe, komm, scheiß drauf. Einfach nach dem Ding da, wo die große Angst ist, da geht man einfach hin als Schauspieler und ich sage zu und ich mache es. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe am Ende gemerkt, als ich den Film gesehen habe, da kommen immer eine Rolle sehr viel größer vor, als ich am Anfang gedacht habe. Ich habe so viel entdeckt. Und ich glaube, Caroline hat mir die Möglichkeit gegeben, den Raum, den ich mir selber als Schauspielerin gebe, noch etwas zu vergrößern, die Grenzen ein bisschen zu verschieben, vielleicht sogar manchmal drüber zu gehen. Und dafür bin ich ihr so, so dankbar, weil ich nämlich gesehen habe, es geht weiter. Jawohl, ich gehe weiter. Und dass ihr das gesehen habt und mir diesen Preis dafür gebt, dafür bin ich euch total dankbar.